Valorant Mobile kommt Anfang 2024 und 2024 soll wohl Valorant auch noch auf der Konsole erscheinen, also wir reden hier wirklich von Xbox und Playstation. Es gibt wirklich krasse neue Leaks zu beiden Themen und diese schauen wir uns heute im Video mal genauer an. Also Valorant Mobile sind ja eigentlich inzwischen keine Leaks mehr, das Spiel ist ja eigentlich schon so gut wie 100% bestätigt. In China konnte man schon eine Beta spielen und so weiter und so fort. Jetzt gibt es aber wieder neue Leaks zu Valorant Mobile und zwar soll wohl schon Anfang 2024 eine Open Beta für Valorant Mobile erscheinen. Und ich gehe mal stark davon aus, dass da wir in Europa hier auch mit von betroffen sind. Das heißt, sollte das Ganze wahr sein, können wir einfach Anfang 2024 auf unseren Handys Valorant Mobile spielen. Und sind wir doch mal ehrlich, das Gameplay, was wir bisher gesehen haben, sah actually gut aus, aber man muss wirklich sagen, dass Valorant Mobile einfach gefühlt weiter ist als unser Valorant auf dem PC. Was genau meine ich damit? Valorant Mobile hat zum Beispiel MVP Animations, was wir auf dem PC gar nicht haben und Rank Up Animations, die besser aussehen als wir auf dem PC. Und so sehen die Rank Up Animations aus. Also ich bin ehrlich, auf jeden Fall spektakulärer als die Rank Up Animations, die wir jetzt gerade auf dem PC haben. Und dazu gibt es auf Mobile einfach noch MVP Animations, die wir auf dem PC gar nicht haben und die sehen actually ziemlich krass aus. Falls ihr nicht alle anschauen wollt, könnt ihr gerne ein bisschen vorskippen, aber falls ihr alle sehen wollt, hier habt ihr sie und ich muss sagen, die sehen echt sehr gut aus. ¡Sügeус! skript im Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich muss sagen, die Animations sind auf jeden Fall sehr, sehr geil Und persönlich finde ich auf jeden Fall die von Jet am krassesten Schreibt mir gerne mal an der Stelle in die Kommentare, welche du am besten findest Also ich finde, Valorant könnte das Ganze auf jeden Fall auch auf den PC anwenden Es muss halt so ein bisschen gebalanced sein, dass es nicht einfach am Ende der Runde nur die Runde, ich sag jetzt mal, noch länger zieht Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine Aber overall eigentlich eine richtig, richtig coole Idee Und ob wir da wirklich Anfang nächsten Jahres eine Beta auch hier in Europa erleben dürfen Bevor wir jetzt zu den Leaks für die Konsole kommen, wollte ich euch nur nochmal daran erinnert haben, dass ich morgen am 24. um 12 Uhr wieder Community Games mache Also falls du mal mit mir zocken willst, komm morgen einfach um 12 Uhr in meinen Livestream auf Twitch Link dazu ist in der Videobeschreibung und dann können wir morgen ein paar Games zusammen machen Für die, die nicht in den Stream kommen, euch wünsche ich im Vorhinein schon mal schöne Weihnachten Und jetzt schauen wir uns die Leaks für die Konsole an Also dieselben Leaker, die auch das mit Valorant Mobile gepostet haben, haben im gleichen Atemzug auch das gepostet Dass der Playtest für die Valorant Konsolen auch nächsten Jahres am Anfang starten wird Also ob wir da eine Beta erwarten können oder nur ausgewählte Leute das spielen können, das sehen wir dann auf jeden Fall erst Aber irgendwie sowas in der Art wird da wahrscheinlich auf uns zukommen Natürlich darf man hier jetzt nicht vergessen, dass das Ganze nur Leaks sind Die Quelle ist auf jeden Fall sehr trustable und es ist auch eine gute Quelle Aber das Ganze sind trotzdem nur Leaks und das Ganze ist auch noch nicht von Riot Games bestätigt Wiederum wissen wir aber auch, dass Riot Games schon seit langem an einer Mobile-Version Sowie auch an einer Version für die Konsolen, also für Playstation und Xbox arbeitet Deswegen ist das Ganze auf jeden Fall schon sehr realistisch Aber eine Sache kann man auf jeden Fall hundertprozentig schon sagen Sollte Valorant auf der Konsole kommen, sowie auf Mobile natürlich Es wird kein Crossplay mit dem PC zusammen geben Deswegen für die Leute auf der Konsole, ihr braucht euch dahingehend keine Sorgen zu machen Sollte das Ganze auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres kommen Könnte es auf jeden Fall ein sehr sehr krasses Jahr für Valorant werden Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch dann Valorant für Mobile oder für die Konsole holen werdet Das würde mich auf jeden Fall mal mega interessieren Jetzt kann ich eigentlich nur noch sagen, danke fürs zu Ende schauen Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall sehr sehr gerne ein Like da Und ein kostenloses Abo, um auch zukünftig nichts mehr zu verpassen Und nicht vergessen, morgen am 24. um 12 Uhr wieder Community Games Falls du mal mitzocken willst, sei einfach um 12 Uhr mein Livestream Und dann würde ich sagen, bis morgen